Wann könnt ihr damit rechnen, wann das erste Video mit Facecam kommt? Wahrscheinlich schon nächste Woche. Einen flauschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jump Leach hier auf meinem Kanal. Hier müssen wir lang. Ihr habt es bereits im Titel gelesen und ich kann euch so viel versprechen. Das, was im Titel steht, wird auf jeden Fall passieren und das in nicht allzu ferner Zukunft, denn ich habe mir eine Webcam bestellt, die ich auch für meine YouTube-Videos einsetzen möchte. Ich habe hier auch einen Zweitkanal. Ach ne, ist doch schon das zweite Modul. Das wäre jetzt ein bisschen... Vorhin hatte ich ein Modul. Das erste ist leicht. Da sind erstmal alle beim ersten Versuch gescheitert und beim zweiten. Und ja, also ich habe mir eine Webcam bestellt und das ist jetzt keine Schrott-Webcam für 30, 40, 50 Euro. Also da habe ich schon gut Geld reingesteckt, sage ich mal so. Und ich möchte auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen was mit Facecam machen. Vielleicht auch die Gaming-Videos zumindest die, zum Beispiel mit Skywars oder TTT. Bei GTA wäre ich eher oder Fortnite denke ich mal eher nicht so, weil ich finde, da passt das einfach nicht rein. Aber ich möchte auch auf meinem Zweitkanal, dort haben wir ja jetzt, also wo ich das Video aufnehme, haben gerade die 1700 Abonnenten erreicht. Das ist echt krass, was da abgeht. Mist, aber der Zweitkanal wächst auf jeden Fall auch sehr schnell, muss ich echt sagen. Schneller sogar als der Hauptkanal hier. Und ich möchte auch auf dem Zweitkanal, da kamen ja bis jetzt immer Daily Uploads. Das wird aber jetzt erstmal so eingestellt. Und die werden jetzt nicht mehr kommen. Dafür wird aber stattdessen etwas anderes kommen. Und zwar möchte ich auf dem Zweitkanal, da ich jetzt auch eine Facecam habe, möchte ich da auch ein paar Reactions hochladen. Da habe ich schon länger die Lust zu, aber gedacht, Facecam, das überlege ich mir lieber nochmal. Aber meine Entscheidung steht jetzt fest. Ich werde das auf jeden Fall machen. Wann könnt ihr damit rechnen, wann das erste Video mit Facecam kommt? Wahrscheinlich schon nächste Woche. So viel kann ich euch nochmal sagen. Versprechend kann ich es nicht, aber es ist höchstwahrscheinlich. Mein Güte. Ich habe natürlich noch ein, zwei Videos aufgenommen oder drei Videos kann auch sein, wo ich natürlich noch keine Facecam drin habe, weil ich habe sie halt jetzt schon bestellt. Aber sie ist noch nicht da, wo ich das Video hier gerade aufnehme. Nee. So. Und da wird auf jeden Fall in Zukunft, wie der Uploadplan auf dem Zweitkanal aussehen wird. Da habe ich mir jetzt doch keine Gedanken drüber gemacht. Ich lasse jetzt erstmal... So. Achso. Na gut, dann hat es ja doch einen Sinn gehabt. Schade. Also, ich werde mal schauen, wie ich das auf dem Zweitkanal regeln kann. Auf dem Hauptkanal kommen jetzt hier wie üblich Dienstag und Freitag 15 Uhr ein Video. Und auf dem Zweitkanal erstmal so gelegentlich, wie ich Bock habe. Warum wurde ich jetzt nicht vom... Hä? Warum wurde ich nicht hochgeboostet? Das ist... Ich werde auch im Community-Tab nochmal posten, wann genau das erste Facecam-Video kommt. Warum springe ich jetzt hier runter? Damit ihr auch Bescheid wisst. Und ich denke mal, das werde ich auch als Premiere-File geben. Da habt ihr dann auch einen Live-Chat. Und könnt mal eure Meinung zu dem Typen, der jetzt seit fast vier... Ey, ich bin doch so bedeppert, ne? Und sowas nennt sich Mittel. Den ihr hier seit vier Jahren auf YouTube schon ansehen könnt. Mal... Also, ich denke mal, es gibt viele, die sich denken werden. So habe ich mir den überhaupt nicht vorgestellt. Aber... Maxi hat sich ja auch vor kurzem erst gezeigt. Und immer stelle ich mir bei Leuten vor, die sich noch nie gezeigt haben, dass sie irgendwie komplett anders aussehen. Und so wird es wahrscheinlich auch bei euch mit mir sein. Ich habe auch bis jetzt noch nicht vor, irgendwie ein Greenscreen... mir einzurichten. Und ich werde wahrscheinlich... Oh nein, oh komm schon. Bis auf weiteres auch erstmal keinen Greenscreen verwenden, weil ich... Einfach das ausgeschnitte... Das finde ich jetzt... Finde ich erstmal so nicht so geil. Deswegen... Mit einem kleinen Hintergrund ist es, denke ich mal, auch ein bisschen angenehmer zu sehen. Ja, da haben wir... Oh Gott. Ah, ich dachte... Ach, dieses Glas, ne? Was soll der neunte Modul sein? Das ist doch diese eine, äh, Bad Wars Map. Och Gott, Junge, das ist so unrealistisch. Wir haben... Sowas baut doch kein Mensch in Bad Wars. Ey, mein Skin springt einfach nicht. Ich denke mal, ihr kennt das auch. Wenn ihr die Leertaste drückt und es springt einfach nicht. Und dann drückt ihr erstmal so fünfmal die Leertaste und er springt fünfmal. Und denkt euch, warum hat der gerade eben nicht gesprungen? Und sowas hasse ich auch an der Wand hängenbleiben. Egal, noch zwei Minuten. Ach, die... Sind echt begeistert. Ich wusste wahrscheinlich... Okay. Der Booster hat... Okay, also jetzt muss ich hier echt bald den Chat klären, weil jetzt schreibt der wirklich ein bisschen... Was unschönes. Aber vom Prinzip her hat er schon recht. Diese Jumps hier sind echt... Klar, es ist ein schweres Modul, aber es soll auch machbar sein. Vor allen Dingen, wir haben hier die Lite-Version. Und wir kommen hier gerade mal zu... Wir schaffen hier nicht mal fünf Jumps. Und das ist schon... Bisschen... Traurig, weil diese schweren... Dings selbst im Leih, also die Schwermodule, selbst in der Lite-Version viel zu schwer sind manchmal. Also, aufs schwarze... Aufs schwarze... Aufs zehnte Modul habe ich jetzt echt schon gar keinen Bock mehr. Und nur noch zehn Sekunden. Dann können wir... Ach, ich probiere es auch einfach nicht mehr, weil es ist einfach ein 13. Der ist mir sympathisch. Und dann wäre ich eigentlich auch so weit bereit. Und dann können wir auch schon mal skippen. Und dann sind wir auch schon mal fertig. Ich denke mal, wir haben eine recht gute Chance. Ja, was ist das denn? Willst du abstauben, oder was? Nee, 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 nee. Also, so nicht. Also, ganz sicher nicht, ne? Da kann ich dann auch abstauben. Hä? Ach, jetzt habe ich den Kill bekommen, oder wie? So. Hier, das kommt davon, wenn man abstaubt. Ja, jetzt kommt er sicher abstauben. Ja. Yo, jetzt hat er abgestaubt. Ey, das ist hier einfach nur ein Abstaubwettbewerb, ne? Ach, sie ist schon tot. Das ist ja geil. Also, ich komme mir gerade echt so vor, wie in der 1.9. Hä? Kommt mir das so so vor? Aber mein... Hä? Es sieht so aus, als würde ich... Nee, nee. Hey, ich backe zurück. Was ist denn das jetzt? Och, kommt. Ja, das verliere ich sowas von so. Ja, komm. Das war einfach... Das war einfach nur ein Abstaubwettbewerb hier mal ganz so ohne Witz. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Was machst du mich jetzt hier so an? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.